losung für montag den 21 februar zum einen aus dem jesaja buch kapitel 53 vers 11 weil seine seele sich abgemüht hat wird er das licht schauen und die fülle haben und aus dem kolosser brief kapitel 2 vers 10 ihr seid erfüllt durch christus der das haupt aller mächte und gewalten ist einen gesegneten wochenbeginn